Ist Hoffnung eigentlich sinnvoll? Macht es Sinn, dass wir uns eine Zukunft vorstellen, wo wir hoffen, dass es besser wird, dass es anders wird, dass wir einen Partner finden oder einen besseren Partner finden, unseren Traumjob finden? Ist diese Hoffnung für eine bessere Zukunft sinnvoll oder eher destruktiv? Und ich wurde oft diese Frage gestellt und habe lange darüber nachgedacht und kontempliert. Und meine Antwort ist Jein. Ich glaube, eine gewisse Hoffnung ist wichtig, die wir uns am Herzen tragen. Dass wir sagen, okay, die Zukunft wird Momente geben, in denen ich Dinge erlebe, die schön sind, die mich zum Strahlen bringen, die mir Freude bringen, die mir etwas in meinem Leben geben. Gleichzeitig steckt in der Hoffnung auch eine ganz, ganz große Gefahr. Die Hoffnung ist ja im Endeffekt eine Vorstellung in deinem Kopf von einer Zukunft, die besser ist als jetzt. Und damit verlieren wir den Blick auf den jetzigen Moment. Und das ist auch der Grund oft, warum wir hoffen. Weil wir einfach das, was wir jetzt haben, nicht sehen wollen. Weil wir die Gefühle, die wir jetzt fühlen, nicht annehmen wollen. Weil wir die Situation, die Herausforderungen nicht angehen wollen, darum hoffen wir. Und durch diese Hoffnung bleiben wir oft in einer Stagnation. Weil wir in unserer inneren Bilderwelt eine Zukunft antizipieren, die schöner ist als das jetzt und dadurch den Blick aufs jetzige verlieren. Und um unser Leben zu verändern, müssen wir hier im Jetzt sein. Du kannst dein Leben nicht in der Zukunft verändern. So wie du es auch nicht in der Vergangenheit verändern kannst. Du kannst es immer nur jetzt tun. Durch die Gedanken, die du jetzt denkst. Durch die Handlungen, die du jetzt gehst. Oder indem du dich jetzt in diesem jetzigen Moment verankerst. Denn was darunter liegt, und das ist noch wichtiger zu verstehen, In dieser Hoffnung steckt ja nicht der bessere Partner oder neuer Partner oder überhaupt ein Partner oder der Traumberuf oder eine Gesundheit. Sondern die Hoffnung ist ja immer eine Sehnsucht nach Ausgeglichenheit, nach Glück. Es geht nie um die äußeren Sachen. Es geht immer darum, dass wir die Emotionen erfahren, die wir mit den äußeren Dingen verbinden. Wir glauben, wenn der Partner perfekt ist, wenn der Beruf perfekt ist, wenn man perfekt ist, dann ist man glücklich. Das heißt, wir suchen ja eigentlich mit der Hoffnung das Glück. Aber die Wahrheit ist die, das Glück ist immer nur im Jetzt. Und der Mensch, der nie gelernt hat, im jetzigen Moment zu sein, für den macht das Hoffnung keinen Sinn. Weil er, auch wenn die Zukunft eintritt, sein Geist immer nur in der Zukunft hängt. Und nie im jetzigen Moment. Und gleichzeitig bin ich in der festen Überzeugung, dass wir innere Konflikte, und wenn wir in eine Traurigkeit, in eine Wut, in eine Scham, in eine Schuld, in eine Angst, in schwierigen Emotionen stecken, was uns dann zum Hoffen bewegt, dass wir diese inneren Konflikte nie im Außen lösen können. So, wir können, klar, kurzzeitig einen schöneren Beruf abnehmen. Aber es wird sich dieselben Probleme wieder einstellen, wenn wir uns selbst nicht verändern. Das Gleiche gilt für den Partner. Und sogar für die Gesundheit. Und darum ist es so wichtig, auch wenn gerade das Jetzt schwierig ist, wenn gerade das Jetzt eine Herausforderung ist, dorthin zu blicken. Vielleicht durch die Meditation. Durch den Innehalt. Und zu schauen, was ist jetzt da? Wie kann ich jetzt in diesem Moment daran wachsen? Wie kann ich jetzt in diesem Moment diese Emotionen in mir lösen? Wie kann ich jetzt in mir Gedanken kreieren, die mir jetzt schon vielleicht Dankbarkeit, Freude geben? So ist zum Beispiel auch wissenschaftlich bewiesene Dankbarkeitspraxis, was ja eine Wertschätzung gegenüber dem, was im Jetzt ist, ist, unglaubliche Auswirkungen auf unser Glücksempfinden, auf unser Immunsystem, auf unsere Gesundheit hat. Es bringt uns zurück in den jetzigen Moment. Und darum ist für mich Hoffnung ein zweischneidiger Schwert. Zum einen ist es wichtig, dass wir in die Zukunft glauben, die schön ist. Gleichzeitig dürfen wir dort leben, wo das Leben stattfindet. Und zwar hier im Jetzt.